Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Ja, jeder der mich kennt, der weiß, dass ich ein absoluter Frischkäse-Junkie bin. Und zwar esse ich wirklich Frischkäse für mein Leben gern, egal ob mit oder ohne Kräuter. Also ich glaube, ich esse wirklich zu 80% Frischkäse auf dem Brot. Und deswegen habe ich heute ein richtig, richtig leckeres Rezept für euch. Und zwar machen wir Bressot-Frischkäse selber. Das ist dieser, in diesen kleinen Bechern, der so schön luftig locker aufgeschlagen ist und dann mit richtig frischen Kräutern. Und genau den machen wir heute, denn den kann man super einfach selber machen. Und ich würde sagen, wir starten auch wie immer mit den Zutaten. Wir brauchen Quark, Joghurt, Schlagsahne, eine Knoblauchzehe, ein paar gehackte Kräuter. Und zwar könnt ihr da wirklich selbst entscheiden, was ihr gern mögt. Ich habe mich jetzt hier für Petersilie und Schnittlauch entschieden. Und zum Schluss brauchen wir noch Salz und Pfeffer. Ich fange jetzt damit an, einmal den Knoblauch in richtig schöne, ja feine Würfel zu hacken. Und zwar sollte der Knoblauch wirklich am Ende so aussehen, also richtig schön fein gehackt. Als nächstes gebe ich den Quark in eine Schüssel. Dazu kommt dann der Joghurt. Und dann kommt da auch schon der gehackte Knoblauch dazu. Und dann würze ich das Ganze mit etwas Salz. Und Pfeffer. Und dann werde ich das Ganze miteinander verrühren. Jetzt gebe ich da noch die Kräuter dazu. Und die werde ich dann ebenfalls kurz unter die Masse rühren. Die Quark-Joghurt-Masse könnt ihr jetzt kurz beiseite stellen, denn jetzt werden wir erstmal die Sahne steif schlagen. Und dazu gebe ich sie wie immer in ein hohes, schmales Gefäß. Und zur Sahne gebe ich eine Prise Salz. Und dann wird sie einfach mit dem Handrührgerät richtig schön steif geschlagen. Die steif geschlagene Sahne hebe ich dann unter die Quark-Joghurt-Masse. Die Frischkäse-Masse ist jetzt soweit fertig. Und ich habe mir jetzt hier einmal so ein kleines Sieb über eine Schüssel gehangen. Und in das kleine Sieb habe ich einfach so ein bisschen Küchenpapier reingelegt. Und hier hinein fülle ich jetzt die Frischkäse-Masse. Und dann will ich das Ganze so vorsichtig glatt streichen. Ich decke das Ganze jetzt noch mit etwas Frischhaltefolie ab. Und so muss das Ganze jetzt in den Kühlschrank und zwar für mindestens zwei Tage. Das Ganze dient einfach nur dazu, dass jetzt die Flüssigkeit aus dem Quark und aus dem Joghurt und so weiter rauslaufen kann. Und dann wird das Ganze deutlich fester und dann entsteht nachher so eine mußartige, lockere Konsistenz. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Tagen wieder. Und schon sind die zwei Tage auch schon um. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also ich entferne erstmal hier die Frischhaltefolie. Und dann seht ihr auch hier, wie viel Wasser da rausgekommen ist. Und so sieht das jetzt eben so aus. Und ich habe mir hier schon einen Teller bereitgestellt. Und darauf werde ich das Ganze jetzt stürzen. Und dann werde ich vorsichtig das Küchenpapier abziehen. Und so sieht das Ganze jetzt aus und ist jetzt auch schon fertig zum Servieren. Ja, wie ihr sehen konntet, ist das Ganze wirklich super einfach zubereitet. Man muss zwar ein bisschen Geduld haben, wenn das da zwei Tage im Kühlschrank stehen muss. Aber ich verspreche euch, ihr werdet belohnt mit einem richtig leckeren und lockeren Frischkäse. Und so sieht der jetzt fertig aus. Also wirklich richtig lecker und frisch. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber der ist richtig schön locker von innen. Und ja, natürlich durch die Kräuter und den Knoblauch sehr, sehr, sehr lecker. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, das Rezept mal nachzumachen. Und wenn ihr das getan habt, dann schreibt mir gerne Feedback, wie es euch geschmeckt hat und so weiter. Einfach unten in die Kommentare rein. Oder schickt mir auch gerne ein Foto davon auf Facebook. Auf meiner Facebook-Seite, die ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen wirklich guten Appetit. Es ist wirklich super, super lecker. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.